Landtagsabgeordneter der Freien Wähler Fabian Mehring will den Jugendlichen keinen Impfdruck machen, sondern Die Erwachsenen, die impffähigen, die gesunden Erwachsenen zu impfen und dafür die Kinder und Jugendlichen, denen von Corona zum Glück wenig droht, kaum schwere Verläufe drohen, so gut als möglich in Ruhe zu lassen, nicht noch einmal die Freiheit der Erwachsenen auf dem Rücken unserer Kinder auszutragen.